Moinsen und schon geht's weiter. Hier sind ja noch ein paar Hühnerschrecker, die ja hier mir immer noch ins Leder wollen. Ich kann gar nicht verstehen warum. Wo ist denn er hin? In der letzten Folge hatten wir doch gesehen, dass da hinten noch einer rausgekommen ist. Wo ist er hin? Sonst hatte ich doch so weit alle weggemacht. Hm. Gut, durchsuchen wir mal hier so ein bisschen die Leichen schon mal, bis wir den Aisen haben. Das ist jedenfalls sehr lustig hier. Das ist gar keiner. Ich dachte da ist eine Weinflasche. Aber ne. So meine Freunde. Ich will mal gucken, ob ich da irgendwie in das Haus reinkomme. Weil von da oben, da hat man bestimmt noch richtig geile Sicht. Da hinten abends einer. Mann ey. Komm, du ziehst dich jetzt hier hoch. Warte mal, kurz Pistole. Nicht, dass hier noch einer drinnen, irgendwo drinnen hockt. Wann da für was? Nur ne Wanne? Ich gebe uns mal ganz kurz gucken. Und dann können wir uns, ähm, um die anderen Leute da kümmern. Hier drinnen werden sie mich, glaube ich, nicht so schnell sehen. Ich hoffe mal. Und ich weiß ja auch nicht, ob... Hm. Habe ich hier ne Miene? Ja. Falls hier nämlich einer reinkommt, weißt du? Machen wir hier mal noch ne Miene hin. So. Die rennen ja immer da rein. Das ist ja... Das ist ja... Kunstwerk von denen. Huh. Immer direkt da rein zu rennen. So, packen wir hier auch noch einen hin. So. Falls mir hier jemand folgen möchte. Oh, gucken wir mal. Eine kleine Püppi. Mal kurz gucken. Ob hier keiner guckt. Also, weinen Flaschen sehe ich jetzt nicht. Dass sie auch so gut versteckt sein müssen. Schlimm. Ja, das war das Feuer, obwohl ich außen rumgegangen bin. Natürlich. Gut. Dann haben wir das. Was sieht man denn hier sonst noch irgendetwas. Da ist nix. Da ist nix. Dann rennt einer. Ey, die sind zur Zeit... Die sind nur am Rennen, ne? Äh, da war das vorher besser. Dass sie so schön eine Ecke gewartet haben auf einen. Überall fahre Blätter runter. Komm, der kann nicht mehr rennen. Denn seine Hüfte ist durch. Also. Also. Es sah gerade so aus, als ob der da noch war, oder? Oder ist der gestorben? Hm. Ja. Wenn man das jetzt wüsste, wäre das Ganze viel leichter hier. Hier gibt es auch nix. Ist ja nix Neues. Och man, warum kann man diese Weinflasche nicht besser sehen? So, ist der denn nun tot, oder... Oder rennt der nur rum? Kann mir das mal einer verraten hier? Hallo? Hm. Scheint so, als ob der aufgegeben hat. Man weiß ja nicht. Gut, gehen wir mal runter. Ganz unauffällig. Wie ich bin. Achso, man könnte ja noch mal ganz nach oben gucken, ne? Da war doch noch... Da war doch noch eine Treppe. So, mal kurz bis zu Tüchen wieder nehmen. Hier ging es doch noch höher. Dann müssen wir die ganze Hütte hier infiltrieren, oder? Ah, was macht denn da so einen Krach? So, das ist das Bus von oben. Ja. Natürlich fällt der da runter. Ja, Feuer, ich weiß. Meine Fresse. Gut. Dann können wir noch eins höher gehen. Wo wir nochmal schon mal hier sind. Gehen wir noch nach ganz oben. Vielleicht gibt es hier noch was. Da funkelt nix. Da hinten funkelt was. Hier ist einmal Gold. Super. So, jetzt nochmal hier von oben gucken. Ob hier nicht noch irgendwer irgendwo rumhuscht. Aber ich sehe keinen. Nö. Sieht alles sehr friedlich aus. Nö. Das sieht so gut aus. Okay. Denken gehen wir jetzt runter. und räumen das Ganze jetzt mal auf da unten. Durchsuchen die ganzen Leichen noch. Weil Munition ist ja... Warte mal, wie viel haben wir da? Ja, ist noch Platz. So. Dann gehen wir hier mal runter. Nee, noch einer runter. So. Halt schön weit außen rum. Um so Feuer. Kann ich hier noch was mitnehmen? Ja. So, meine Freunde. Wenn jetzt noch irgendwer da ist, soll er sich zeigen. Sieht sehr ruhig aus, ne? Warte mal, ich gehe mal ganz kurz gucken, ob der Typ da noch ist. Kannst du mal bitte hier hochgehen? Danke. Ich habe nämlich keine Lust mehr hier irgendwann eine Überratung abzuholen. Groß, weil der Typ zu blöd ist zum Sterben, weißt du? Hier ist noch einer. Sag mal, ist die noch nicht voll? Doch, jetzt müsste voll sein. 64 ist, glaube ich, Maximum. Der ist doch hier im Sturm. Warum sagt er denn mal nix? Juhu, dann gehen wir jetzt in das Häuschen rein. Äh, zu Wolfslein Büro natürlich. Und spielen Sekretärin. Merkt man gerade, dass ich keine Zeit habe? Hier, akkurater Spot für Gold. Was ist hier? Nix. Das ist schön. Wunderschön. Kann ich hier hoch? Ne, da Stachel tragen. Können wir sowieso nicht hoch. So, meine Freunde. Achtung, Achtung, ich komme jetzt rein. Ich hoffe, die haben jetzt nichts dagegen. Weil ich veraufte mal, dass da noch ein paar Deutsche drin sind. Ich kann mich natürlich irren, aber... Hm. Ich glaube, das ist ja wohl nicht so schwer zu erraten, oder? Da ist so eine Munion-Kiste. Hast du noch was für mich? Ne. Warum liegt hier eine Panzerfaust rum? Kommt da ein Panzer etwa? Das wäre ja... Sehr, sehr unschön. Ach, hier ist sie in deinem Büro schon. Das ist ja... Was haben wir denn? Nur eine Wummel-1-Granate. Ne. Stöpermine. Wollt ihr ja wohl sagen. Die Deutschen hatten das Zimmer verwestet. Alle Papiere gestohlen oder verbrannt. Aber es musste ihr etwas Hilfreiches geben. Hm. Es ist ein alter Trick, aber ein guter. Hat er von McGyver gelernt. Treffer. Das muss der Wolfsfluchtplan sein. Aber vor meiner Verabredung mit diesem Wahnsinnigen musste ich den V2-Start aufhalten. Hier fand ich keine Hilfe. Meine einzige Chance, das Ministerium auf der anderen Seite des Platzes. Hiha. Supi. Wenn das mal kein Plan ist. Ne. Verpisst euch. Ich sag's euch. Ich mach euch kaputt. Alter. Alter, was fischst denn hier so? Hier zieht's. Mach mal hier die Tür zu. Wow. Wer schießt hier auf wen? Ey, ich finde das ja lustig, dass die KI einen durch die Wände sehen kann, ne? Gebt auf. Hallo. Wovon träumt ihr nachts? so werden wir uns mal ganz langsam vorploschen und mal so gucken ob keiner guckt Oder kämpfen ja schon wieder Deutsche gegen Russen. Ihr Schweine, ja, ja, nö, wo seid ihr? Kriege ich nicht kaputt mit der oder was? Der rennt durch den Kugelhagel. Ich hab nur mal Angst, dass von der anderen Seite ihn noch kommt. Alter, was können die an Kugeln fangen? Ist ja nicht so, dass das ein MG ist hier, weißt du? Da kommt ein bisschen mehr raus, würde ich sagen. Wo kommen denn die Schüsse immer her? Aber man kriegt den Tank nicht kaputt. Auch die Räder gehen nicht kaputt. Das sind die ganz neuen kugelsicheren Räder, weißt du? Ja, ja, fall um, fall um, du Sau! Das waren sie schon? Hätte ich mir jetzt mehr vorgestellt. Ah, hier geht nicht... Uh, uh, guck mal da! Treffe ich die? Natürlich treffe ich die! Ping! Gut! Wozu brauchte ich die jetzt? Warte mal, ach ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ich kann noch hier noch... So! Eine MG-Kugel schafft das nicht! Natürlich! So ein Tank, äh, der kann Kugeln fangen bis zum MG nicht mehr! Gleiche durchsuchen, die hab ich doch schon durchgesucht! Komisch! Das ist ja schon komisch, ich trau mich hier nicht richtig raus, da sieht mich nämlich nur einer! Ach, guck mal da oben! Bitteschön, mein Freund! Nur für dich! Die hatte deinen Namen drauf! Nee, da hinten ist die Kirche, wusste ich gar nicht! Gibt's da irgendwo noch eine Weinflasche versteckt? Nö! Schade! Gut! Äh, durch Überlänge müssen wir jetzt mal kurz ein Päuschen machen! Wir sehen uns dann morgen wieder! Ich sag mal wieder Tschüss! Vielen Dank fürs Zuschauen! Natürlich bewerten auch hier wieder nicht vergessen, ne? Kommentieren, Daumen geben, äh, teilen! Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder. Also bis Dene dann!